Ich glaube, es kann sich jeder davon ein Bild machen, wie hier die Regierung vorgeht. Und für uns ist entscheidend, dass wir durch die Krisen kommen. Für uns ist entscheidend, dass wir als wichtigster Arbeitgeber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schützen. Es war wichtig, dass die durchatmen können. Und wir sehen ja, dass die Bundesregierung den sogenannten Variantenmanagementplan entwickelt hat. Da sollte sie sich auch dran halten. Und derzeit sind wir zum Glück bei den Spitalsauslastungen, gerade auch im Intensivbereich, bei Weitem noch nicht in einer gelben oder gar roten Zone. Und daher ist es aus jetziger Sicht nicht gerechtfertigt. Es ist auf Selbstverantwortung abzustellen. Und der Handel war nie ein Corona-Hotspot. Und daher sollte man nicht in der Krise schon wieder in der Kommunikation die nächste Krise herbeiführen. Absolut richtig. Apropos Krise. Wie geht es aktuell im Handel? Wie sind vielleicht gerade die Zahlen? Natürlich, Weihnachten rollt wieder an. Ja, ich finde, man bekommt immer mehr Werbungen. Vieles ist vielleicht auch online. Jetzt wieder die Angst vor Corona, die neuen Wellen. Wie ist aktuell die Situation bei Ihnen? Also insgesamt kann man sagen, geht es der Bevölkerung schlecht, geht es dem Handel schlecht. Man sieht, dass natürlich beide Krisen unsere Branche sehr hart getroffen haben. Das Comeback auch im Sommer ist bei uns ausgeblieben, weil die Menschen einfach durch die Lockdowns geprägt enorm glücklich waren, wenn sie einen Kurzurlaub, einen Gastronomieaufenthalt, ein Beisel oder ein Bar aufsuchen können. Das ist bei uns nicht passiert. Und daher sind wir immer noch auf einem leicht schlechteren Niveau, sogar wie im Krisenvorjahr. Und daher ist auch die Situation jene, dass bis Jahresende 6000 Betriebe schließen werden. Das wirkt natürlich auf alle Stadt- und Ortskerne. Und die Bundesregierung ist dringend aufgefordert, beim Energiekostenzuschuss hier nachzuschärfen, weil letztendlich der Handel, der filialisiert ist, der Beschäftigungsintensive fast rausgerechnet wurde. Obwohl wir natürlich auch einen Energieverbrauch haben, denn Lebensmittel kühlen sich nicht von selber, bringen sich auch nicht zum Kunden von selber. Und daher ist die Situation eine angespannte, sowohl was die Corona-Situation der Ungewissheit betrifft, vor allem aber jetzt aufgrund der Teuerungsentwicklungen, wo Einkaufspreise, Energiekosten nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Unternehmern treffen. Aber es ist auch die Arbeitsmarktkrise leider eine, die fast verkannt wird. Denn derzeit ist es eine Minderheit, die die Systeme und die Geschäfte aufrechterhält und nicht die Mehrheit. Also vor lauter Krisen weiß man gar nicht, wo man bei der nächsten Frage fast ansetzen soll. Vielleicht mal bei den Teuerungen. Sie haben es schon gesagt, wenn es der Bevölkerung schlecht geht, geht es dem Handel schlecht. Eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Man schaut jetzt wahrscheinlich mal, was kann man sich überhaupt noch leisten. Und da wird das schöne neue Kleid wahrscheinlich nicht an erster Stelle stehen, oder? Das heißt, wie kann man da dagegen wirken? Wie kann man das irgendwie versuchen, attraktiv zu machen? Oder auch die Mitarbeiter, wie soll ich sagen, positiv zu stimmen, zu sagen, es wird besser werden, hoffentlich. Was gibt es da für Möglichkeiten oder auch Wünsche vielleicht an die Regierung, wie man das irgendwie steuern könnte? Der Wunsch ist, dass man kapiert, was hier passiert. Und es ist zum einen die Energiekosten, die sich natürlich verstärkt haben. Das hat jetzt jeder verstanden. Wenn alles vertankt und für die eigenen vier Wände an Elektrizität verbraucht wird, dann bleibt weniger für Konsumprodukte. Was aber nicht kapiert wird, ist, dass jetzt durch die EZB-Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen, die Zinsen für alle Kredite nicht nur um ein Prozent oder eineinhalb, zwei Prozent ansteigen, sondern die Kreditraten in Euro pro Monat bei Langfristfinanzierungen um bis zu zehn, zwölf Prozent höher ausfallen. Und all das, die Energiekosten als auch die Kreditbelastungen, schlagen jetzt erst ein. Und daher haben wir bis dato immer noch darüber gesprochen, über die Auswirkungen, aber wir spüren sie noch nicht. Und daher ist da wichtig, dass man gegenlenkt, denn das wird noch einmal die Kaufkraft reduzieren. Wir haben jetzt schon in der ganzen EU das schlechteste Konsumvertrauen. Konsum ist Psychologie. Und wir wissen, wenn das im Keller ist und wir sind leider eine EU-Spitzenreiter, dann ist es ganz schwierig. Deswegen ist Punkt eins wichtig, dass man bei den Energiekostenzuschuss den Handel endlich reinrechnet und nicht vergisst. Punkt zwei, Merit-Order-System. Das heißt, wenn das letzte Gaskraftwerk den Strompreis bestimmt, dann ist das der falsche Weg. Das wäre so, wie wenn man in einem Autohaus für jeden Kleinwagen so viel zahlen muss wie für den teuersten für den Ferrari. Der dritte Punkt ist beim Arbeitsmarkt. Da muss bei der Zumutbarkeit und eben auch beim Anreiz was getan werden. Wir sind auf Platz drei, was die Lohnnebenkosten betrifft. Das heißt, niemand zahlt in Europa außer Schweden und Frankreich mehr als wir. Gleichzeitig haben wir ein extrem komplexes System. Und das macht es eben so schwer, dass man Mitarbeiter in Anstellung hält, trotz all dieser Krisen. Und das sind die drei Bereiche. Und daher ist es wichtig, dass man dort ansetzt. Auch bei den Jüngsten und Ältesten gäbe es Handlungsbedarf. Bei den Jüngsten, in dem die Kindergartenbetreuung ausgebaut wird, regional. Es kann nicht sein, dass man wegen ein, zwei geringer ausgelasteten Städten, die dann schließt. Weil jede Frau, die nicht in einer Vollzeit- oder höheren Teilzeitrolle tätig sein kann, ist ein verschwendetes Potenzial für unsere Bevölkerung und auch für das Kind. Und auf der anderen Seite, die Zuverdienstgrenzen für die Pensionisten muss man stärken. Da zahlt man alles an den Staat. Und es bleibt dann nichts über. Und man kann nur geringfügig tätig sein. Und dabei brauchen wir händeringend jede Hand. Und ich kann nur sagen, es wäre wichtig, dass man versteht, dass derzeit die Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzung und der Sanktionen vom Mittelstand im Unternehmertum und von den Bürgern finanziert wird. Weil man dann die Teuerung, die man auch künstlich herbeigeführt hat, mit einer Zinserhöhung bekämpfen möchte. Und damit wird nur der Kredit für jeden teurer. Und es wird weniger investiert und mehr aufs Konto gelegt. Also es ist in sich nicht durchdacht und daher ist es leider nicht sehr positiv im Moment. Wir hoffen, dass nach der Präsidentschaftswahl jetzt wieder mehr Verstand einkehrt, um die echten Krisen zu bekämpfen. Noch ist es nicht zu spät, das ist das Gute. Noch sind die Unternehmen und die Beschäftigten nicht essentiell betroffen. Aber wir stehen davor. Und wenn man jetzt nicht die richtigen Schlüsse zieht, dann kann es zu spät sein. Sie haben schon am Anfang erwähnt, um die 6.000 Unternehmen könnten zusprechen. Das ist ja unglaublich. Das sind immer so Zahlen, so wie die Politiker immer Zahlen einwerfen. Aber das sind ja Schicksale. Das sind Familien. Das sind unglaublich viele Leben, die da absolut bedroht werden. Sie, Chef des Handelsverbandes, wie viele Leute kommen zu Ihnen? Wie viel Angst spüren Sie aktuell in der Bevölkerung? Also die größte Befürchtung ist einfach gegeben, dass die Politik und vor allem die Bundesregierung nicht wahrgenommen hat, was das auslöst. Wenn man hohe Einkommen erzielt und hier eigentlich krisenresilient in der eigenen Rolle ist, dann spürt man halt einfach nicht, wenn sich Zinsen erhöhen, wenn die Strompreise durch die Decke gehen. Und ja, es wurde ein Klimabonus, ein Teuerungsbonus gegeben. Aber es fehlt in diesem Land einfach an Reformen. Vielleicht ist das Volk ja nicht interessiert an Reformen, aber es gäbe so viele Möglichkeiten im staatsnahen Bereich hier, ohne dass man gleich Kammern und Strukturen abschaffen muss, zu reformieren und einfach einzusparen und gestärkt aus der Krise zu kommen. All das wird derzeit verpasst und das ist sehr bedauerlich und ich glaube, das merkt die Bevölkerung. Daher auch die Wahlbeteiligung bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag ist sehr bedauerlich. Und wir hoffen, dass wir die Chance haben, uns selbst aus der Krise zu helfen und dazu bräuchte es einfach diese Reformen. Und jetzt wird ja bei der Wiener Zeitung beispielsweise das Pflichtinserat abgeschafft. Auch das ist gut, weil man hunderte Euro für jeden kleinen Gesellschaftswechsel inserieren musste. Das ist unfair gegenüber einer anderen privaten. Und darüber hinaus gibt es aber noch immer die Mitvertragsgebühr, wo jedes Unternehmen in Österreich tausende Euro an den Finanzminister zahlen muss. Es gibt es nur noch in Österreich und kostet einfach so viel Kapitalkraft. Und wenn man schon eine Krankheit als Unternehmen durchleben musste, und das ist auch die Covid-Pandemie, und jetzt mit der Teuerung die zweite Krankheit dazukommt, dann ist nicht mehr viel über von den Unternehmen. Und das ist leider die Bilanz. Die Chance ist, wir haben noch Möglichkeit gegenzulenken. Sehr gut, und das ist nämlich das wirklich Wichtige. Abschließend noch, Herr Will. Wie gesagt, Weihnachten steht ja eigentlich auch fast vor der Tür, also gerade für den Handel, man muss ja planen, oder? Wie kalkuliert man da? Ich kann mich noch erinnern, natürlich an die Krisenjahre, auf einmal wurde zugespeit. Ein unglaublicher Wahnsinn natürlich. Wie hat man die ganzen Waren wieder angebracht? Ist da jetzt auch die Angst, dass man das gar nicht mehr abschätzen kann? Was können sich die Leute noch leisten? Wie viel bestellt man überhaupt? Wie viel geht vielleicht auch in den Online-Handel, weil es vielleicht, glaubt, man günstiger ist? Wie nehmen Sie da aktuell die Lage wahr? Auch der Online-Handel verzeichnet Verluste. Das heißt, auch hier hat sich das Wachstum umgekehrt, weil halt gerade nur noch das gekauft wird, was man benötigt. Und das ist halt im Online-Handel auch mehr das Konsumprodukt, das dann nicht mehr gekauft wird. Hin zum Weihnachtsgeschäft erwarten wir, dass 70 Prozent der Unternehmen auch wieder diese Lieferverzögerungen, Engpässe wahrnehmen. Wir wissen, dass aus Shanghai, dem größten Frachthafen der Welt, durch die Sirocovid-Strategie 40 Prozent weniger Schiffe im Frühling und Sommer abgefertigt wurden. Das führt natürlich zu einer Einschränkung in der Warenversorgung. Die Händler haben mit Lagerstandsausweitungen und engmaschigen Lieferantenabstimmungen reagiert. Wichtig wird sein, und dort der Handelsverband als freie und überparteiliche Interessenvertretung, einen Energiesparplan, freiwillig, wo Beleuchtung, Belüftung, Klimatisierung, elektronische Geräte eingespart werden, auch der Branche vorgeschlagen, die das umsetzt. War immer schon Vorreiter, aber zum Zweiten wird es wichtig sein, dass man bei den Öffnungszeiten in Centern nicht mehr Strafen zahlt, wenn man nach 18.30 Uhr offenhalten muss. Das ist auch ein Riesenthema. In den Orten kann man es ja frei wählen, aber das kostet viel Geld und bringt nichts, wenn niemand mehr da ist. Und da erwarten wir uns Flexibilität, dass es auch zu Weihnachten gut geht. Wir glauben, es wird ein schönes Fest. Wir müssen halt alle ein bisschen drauf schauen, dass es auch so wird. Sehr gut, also aufregend wird es auf jeden Fall noch, auch bis zu Weihnachten. Herr Will, vielen Dank auf jeden Fall. Das heißt, es ist noch nicht so spät, aber es gibt unglaublich viele Baustellen, die jetzt tatsächlich angegangen werden.